Volksmusik ist wieder in. Das haben die rund 400 Besucher des Volksmusik-Picknicks am Sonntagnachmittag bewiesen. Im Brandlgarten beim Landshuter Skulpturenmuseum tanzten Menschen allen Alters unter freiem Himmel. Zum gemeinsamen Singen und Musizieren hatte das Kulturreferat des Bezirks Niederbayern eingeladen. Bereits zum siebten Mal in Folge. Das bildet immer den Höhepunkt unserer Veranstaltungsreihe Spielen mit. Das findet jeden Monat statt. Da laden wir zum Musizieren ins Volkskulturarchiv des Bezirks Niederbayern ein und lernen miteinander musikalische Nachlässe aus der Region kennen. Wir machen mal einen Zwiefachenabend, mal einen Landlerabend und laden auch ein zu Singabenden, zu bestimmten Themen. Und einmal im Jahr machen wir dann immer als großes Sommerfest dieses Picknick. Dort galt wieder das Motto Spiel mit. Jeder, der ein Instrument spielt, durfte sich zur bestellten Musikgruppe stellen und mitspielen.